Es muss jetzt für einen Moment vielleicht etwas anders tun, als Party zu machen. Die Situation ist ernst und es ist jetzt der letzte Moment, wo man das wirklich verstehen sollte. Bleiben Sie zu Hause. Zu Hause. Zu Hause. Zu Hause. Voilà, Madame la Présidente, vous avez la parole. Diese Krise braucht alle. Jeden einzelnen Vorbilder. Distanz halten, Hygiene einhalten. Nehmt diese Massnahmen ernst, 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 ernst. Bleiben Sie zu Hause. 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 Resti a la mesur. Bleiben Sie zu Hause. Bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie zu Hause, vermeiden Sie Kontakt mit anderen Personen. Wir rufen die Bevölkerung dazu auf, in allen Regionen des Landes die Entscheide des Bundesrats zu befolgen. Alle. Die Maßnahmen, die wir nun getroffen haben, sind nur wirksam, wenn jede und jeder sie umsetzt. Denn jede und jeder Abstand hält. Reden. Bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie zu Hause. Bleiben Sie zu Hause. Zu Hause. Zu Hause. Zu Hause. Zu Hause. Voilà, Madame la Présidente, vous avez la parole. Jetzt braucht es einen Ruck, dann können wir sie bewältigen. Distanz halten, Hygiene einhalten, nehmt diese Massnahmen ernst, 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 ernst. Bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie zu Hause. Bleiben Sie zu Hause, 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 vermeiden Sie Kontakt mit anderen Personen. Es muss jetzt für einen Moment vielleicht etwas anders tun, als Party zu machen. Die Situation ist ernst und es ist jetzt der letzte Moment, wo man das wirklich verstehen sollte. Bleiben Sie zu Hause, 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 bleiben Sie zu Hause. Diese Krise braucht alle, jeden Einzelnen von uns. Distanz halten, Hygiene einhalten, nehmt diese Massnahmen ernst, 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 ernst. Bleiben Sie zu Hause, 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 vermeiden Sie Kontakt mit anderen Personen. Wir rufen die Bevölkerung dazu auf, in allen Regionen des Landes die Entscheide des Bundesrats zu befolgen. Alle. Die Massnahmen, die wir nun getroffen haben, sind nur wirksam, wenn jede und jeder sie umsetzt, wenn jede und jeder Abstand hält. Jeden. Bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie zu Hause. Bleiben Sie zu Hause. Zu Hause. Zu Hause. Zu Hause. Madame la Présidente, vous avez la parole. Jetzt braucht es einen Rupf. Dann können wir sie bewältigen. Distanz halten. Hygiene einhalten. Nehmt diese Massnahmen ernst.